Herr Baumann, Frau Baumann, Herr Streuzer, Frau Streuzer, Herr Name, Frau Name, wie kann ich behilflich sein? Es ist ein sehr peinlicher Doktor. Passen Sie auf, das ist eine ganz einfache Sache, wenn wir es stiefen. Das meine ich mit Kommunikationsproblemen. Was? Das stimmt doch gar nicht verdammt nochmal. Tatsächlich? Also zumindest nicht immer. Was halten Sie denn nun von unserem Problem? Sie interessieren sich für meine Meinung. Jetzt hör ja gut zu, vielleicht besitzt du dich dann wieder. Ein Wort. Sagen Sie, wollen Sie mich verarschen? Ja. Aber sowas von. Dieter, ich bin sehr wohl bereit, Opfer für unsere Beziehung zu bringen. Herr Doktor, was soll ich tun? Nun, ich hätte da ein Rezept für Sie. Das könnte funktionieren. Es wird funktionieren. Wie verlief Ihr Rezept? Sie haben ja keine Ahnung, Herr Doktor. Ich habe mir etwas gekauft. Aber ich muss sagen, dass es mich nicht ganz befriedigen konnte. Ich habe nichts, wo ich ein wenig Druck erbauen kann. Ja, heftig, oder? Ich sah selbst im Dunkeln, dass es jemand wieder geschlagen hatte. Einen Therapeuten kann ich mir nicht leisten, wenn Sie das jetzt vorschlagen wollen. Ich sehne mich nach Zärtlichkeit. Ich bin im Moment sehr... Ich möchte doch einfach nur jemandem zuhören. Die Probleme, Herr Doktor. Irgendwie muss ich Sie doch erzählen. Ich möchte mal wieder auf den Tisch hauen. Und jetzt nehme ich dich von hinten. Mir fehlt das. Was vermissen Sie am meisten in Ihrer Beziehung? Sex. Sex. Intensive Gespräche. Intensive Gespräche. Konflikte. Konflikte. Sie sind ein Gott. Sie sind ein Gott.